Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zu unserer Besprechung von No One Will Save You, dem neuen, ja, ich würde mal sagen, Home Invasion Thriller von Disney+. Den könnt ihr dort ab Freitag, 22. September sehen. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik. Es tut mir leid. Ich weiß, warum du das gesagt hast. Alle anderen werden es nicht wissen. Werten wir es jetzt einfach mal ganz wertfrei als ein Hallo. Ein Hallo. Bevor wir über den Film reden, ein anderes Thema. Dominik, ich finde, wir leben in einer Welt, in der einfach zu viel geredet wird. Und mir ist klar die Ironie, weil wir gerade ein Podcast sind vom Tele-Stammtisch und wir echt viele reden. Aber trotzdem finde ich, es wird zu viel geredet. Was sagst du dazu? Es wird definitiv viel zu viel geredet im heutigen Mainstream-Kino. Weiß ich nicht, es gibt Blockbuster, die werden ewig zerquatscht mit Dialogen, wo viel gesagt und wenig getan und dann auch wenig ausgesagt wird mit dem Gesagten. Die Kunst des Visual Storytellings geht so ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Und ja, deshalb ist sowas hier, kann ich schon mal sagen, durchaus eine positive Überraschung gewesen. Ja, wir konnten uns den Film vorab ansehen. Vielen Dank dafür. Und ich weiß es nicht, Dominik, hast du dir den Trailer angesehen, der vor zwei, drei Wochen beöffentlicht worden ist? Ja, den hattest du, glaube ich, bei uns in den Discord-Chat gesteckt irgendwann. Ich hatte mir den angesehen und war sehr neugierig tatsächlich, ja. So ging es mir auch und sie haben was mit dem Trailer geschafft. Zum einen finde ich, dass der Trailer sehr gut dir zeigt, was dich erwartet. Zum anderen gibt es ein paar Sachen, die er dir nicht offenbart und die mich dann auch wirklich sehr überrascht haben. Bevor wir jetzt aber uns darüber unterhalten, sage ich mal ganz kurz, worum es geht in dem Film. Okay. Es geht um Brynn, eine Künstlerin, gespielt von Caitlin Dever. Die kennt man unter anderem aus Booksmart, Short Term 12 und ganz vielen anderen Sachen. Ich glaube auch bei Ticket ins Paradies war sie die Tochter von Julia Roberts. Also relativ bekannt, sage ich mal. Die hockt halt eben zu Hause alleine, hat ihre Mutter verloren, hat Angstzustände und dann eines Nachts ist es dann soweit Home Invasion. Aber nicht, dass irgendein maskierter Fremder einbricht, sondern Außerirdische. Denn Außerirdische sind plötzlich auf der Welt und sie muss jetzt gegen diese Bedrohung halt ankämpfen. Und ich sage mal so, das ist glaube ich jedem klar, der auch nur zwei Filme gesehen hat, dass sie nicht nur gegen Außerirdische ankämpft, sondern auch gegen ihre eigenen Angstzustände. Das ist im Groben No One Will Save You. Der zweite Film von Regisseur Brian Duffield, der davor als Drehbuchautor viel gemacht hat, der hat zum Beispiel den, wie ich finde, unterschätzenden Babysitter geschrieben, aber auch den großartigen Love and Monsters geschrieben. Also ein Mann, der durchaus im Genre beheimatet ist. Und ich glaube, es kann man auch sagen, No One Will Save You ist purer Genrefilm, oder? Ja, absolut. Eigentlich in jeder Pore, dann aber auch, ja, da so mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die da mit verbunden sind, würde ich sagen. Aber ja, der ist, die Handlung ist sehr simpel und es dauert auch nicht lange, bis die in Gang kommt. Und wie sie dann auch erzählt wird, ist auch nicht so, wird nicht so jedermanns Sache sein. Du meintest es ja schon zu mir im Vorgespräch, dass der durchaus spalten könnte. Aber gerade das finde ich reizvoll an dem. Und das, was viele nicht so ansprechen könnte, das fand ich sehr interessant und erfrischend. Wenn man den Film mit anderen Werken vergleichen muss oder sollte oder würde. Also mir sind drei Titel in den Sinn gekommen, nachdem der Film zu Ende war. Einmal Signs, ein Zeichen. Einmal A Quiet Place. Und dann vielleicht die größte Überraschung, All is Lost mit Robert Redford war es. Das ist gut, ja. Ja, an Signs musste ich natürlich auch denken. Und an A Quiet Place auch. Und ich hatte mir so überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn man so A Quiet Place inszeniert hätte. Also mit dieser Konsequenz tatsächlich. Konsequenz ist ein sehr gutes Stichwort, denn ich glaube, wir können jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen. Was ist denn das Besondere an No One Will Save You? Und ich weiß nicht, wann es dir aufgefallen ist, aber es gibt so nach einer halben Stunde eine Sequenz, in der die Hauptfigur Bryn was sagen will und nicht dazu kommt. Und dann ist es mir irgendwie aufgefallen, stimmt, hätte ich noch gar nichts gesagt. Ja. Und dieser Film ist zu 98,953% nonverbal. Es wird nicht gesprochen. Es ist kein Stummfilm. Ja. Es ist kein Artist meets Science Fiction. Aber es ist wirklich ein Film, das hast du zu Beginn schon gesagt, ein Film, der sich unglaublich fokussiert dem Visual Storytelling verschrieben hat. Und ich finde, das macht der echt saugut. Der Film hat keine Schwächen, also werden wir gleich noch kommen. Aber ich war, als ich ihn gestern Abend geguckt habe, war ich echt baff, was das für ein Film war. Der hat mich komplett überrascht. Und vielleicht gehe ich sogar so weit und sage, das ist eine der größten und bislang positivsten filmischen Überraschungen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Oh, das ist ja hochgegriffen. Aber ja, ich kann mich da durchaus größtenteils anschließen. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich nach dem Trailer erwartet hatte. Der hatte mich einfach angefixt, so wie dich. Und man dachte sich so, ja gut, ist halt irgendwie so ein Disney-Plus-Kellerkind von 20th Century Studios. Also ist ja ein Hulu-Film. Und da wir ja hier in Deutschland kein Hulu haben, kommt das dann einfach auf Disney-Plus. Und wir müssen ja dazu sagen, wir haben ihn ja vorab sehen können. Und in der Regel sind ja diese Screener, die wir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen, nicht auf Deutsch. Und ich bin jemand, ich schalte mir ganz gerne mal irgendwie Untertitel dazu. Das gibt es aber meistens auch nicht. Und irgendwann wunderst du dich, warum mehr Untertitel niemals angeblendet wird. Genau, richtig. Ja, kommt mir bekannt vor. Wirklich, obwohl man sagen muss, diese Untertitel sind ja normalerweise für Leute, die hörgeschädigt sind. Das heißt, da wird auch ungefähr wiedergegeben, weiß ich nicht, atmet schwer oder irgendwas fällt auf den Boden oder so. Und es kam halt nichts außer das. Und ich weiß noch, ich wollte mir schon so zurechtlegen im Kopf für diese Besprechung jetzt hier. Wow, also wie die die Hauptfigur einführen, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, ist ja echt der Hammer. Also das hat mich schon wirklich an sowas wie, ist ja zwar sehr hochgegriffen, aber in der ersten Viertelstunde von Paul Thomas Andersons Meisterwerk, There Will Be Blood, wird ja auch kein Sterbenswörtchen gesprochen. Und also ich muss sagen, ich mag das wahnsinnig gerne oder zum Beispiel auch beim Intro von Das Schweigen der Lämmer ist das ja auch so. Da spricht Starling kein Wort, aber dadurch, was sie gezeigt wird und was sie tut und wie sie sich verhält, das sagt schon sehr, sehr viel über ihren Charakter aus. Und hier ist es halt noch eine Stufe weiter, weil es geht halt wirklich rein über Visual Storytelling, was wir über Brynn erfahren. Und das funktioniert hervorragend. Ich hatte auch generell bei dem ganzen Film hatte ich so im Kopf, dass das auch eine geile Prämisse wäre eigentlich für ein Videospiel. Definitiv, definitiv. Ein Videospiel ist in der Hinsicht aber auch ein guter Übergang, weil, also ich sag mal so, ich war auch komplett überrascht, wie wenig Bohai der Film macht über die Invasoren. Denn du siehst diese Aliens relativ schnell. Es gibt verschiedene Arten von Aliens, aber im Grunde kann man sagen, das ist ein relativ klassisches Alien-Design. Also Großköpfe, schwarze Augen, genau. Ja, also wirklich schon so 50er-Jahre-Klischee, würde ich sagen. Genau. Und ich fand es auch gut, dass sie da jetzt nicht so lange mit gewartet haben. Du siehst diese Viecher relativ schnell und sie schaffen es relativ gut. Sie zum einen, also manchmal wirken sie wirklich bedrohlich. Es gab aber auch Szenen, wo sie mir wirklich leid getan haben, wenn Brynn sich nämlich mal wehrt. Und man plötzlich merkt so, irgendwie ist das Alien, wirkt das gerade nicht so wie ein Invasor, sondern mehr wie so ein liebenswerter E.T. Aber, und das ist ein bisschen schade, du siehst aber auch zu jeder Zeit, dass diese Aliens halt aus dem Rechner kommen. Ich finde, sie sehen jetzt nicht total scheiße aus, aber es stört schon so ein bisschen die Immersion, weil du eben davor und dazwischen immer wieder dieses sehr gute Visual Storytelling hast. Mit dieser, ich nenne es mal, haptischen Catlin Diva im Fokus. Und das beißt sich, wie ich finde, hin und wieder unschön halt mit dieser digitalen Optik dieser Invasoren. Ja, da ist was dran, da muss ich aber auch sagen, dass ich das ein bisschen kritischer sehe, dass sie, ja, das Design doch relativ schnell enthüllen. Das hätte man ruhig noch vom Spannungsaufbau her ein bisschen, ja, komplexer gestalten können einfach. Also, ich meine, das ist ja eine der obersten Regeln eigentlich des Horrorkinos, don't show the monster, beziehungsweise so spät wie nur möglich. Der Film funktioniert aber trotzdem. Ähm, und ja, das Design ist, es hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, den hast du doch wahrscheinlich auch gesehen, den Film, den Andy Muschietti gemacht hat vor, äh, äh, vor S hier, diesen, äh, Mama. Da ist das ja auch das Problem, da zeigen sie, äh, obwohl, ja gut, in der Hinsicht hat der es sogar besser gemacht, weil da spart sich Muschietti relativ lange das Design auf, das Problem ist. Er zeigt dann das Monster danach viel zu häufig und danach nutzt es sich ab. Hier nutzt es sich nicht ab, weil du eben verschiedene Typen siehst und ich kann mich dir auch anschließen, manchmal wirkten die gar nicht mal so bösartig und passend auch zum Thema, weil es ist, ich würde so weit gehen, dass Kommunikation auch irgendwo ein Grundmotiv ist, was sich durch den ganzen Film zieht. Und manchmal hatte man das Gefühl, dass die Aliens irgendwie mit ihr halt, ja, wortwörtlich über Hand und Fuß irgendwo auch kommunizieren möchten und dass die, also ich hatte immer wieder diesen Gedanken, sind die überhaupt so bösartig, wie man denken würde? Genau, genau. Das ist eben auch eine Stärke des Films. Zu Beginn, äh, finde ich, ist das ganz klar inszeniert Obedrohung. Ja. Und irgendwann merkst du aber, also, das heißt, du merkst es nicht, aber es gibt so viele, einige oder viele Faktoren, einige Faktoren, das kommt mir auf die Perfektive an, ähm, wo du irgendwie, also ich zumindest dann das Gefühl hatte, warte mal, vielleicht sind die Aliens ja selbst gar nicht freiwillig da. Ja, denn es gibt ja noch so eine, nochmal so eine Art von Alien, nenne ich es mal, wo du das Gefühl hast, vielleicht ist es, vielleicht werden die auch selbst irgendwie fremdkontrolliert, das wird nie wirklich zur Sprache, zur Sprache gebracht bei dem Film sowieso, vielleicht ausgedrückt. Aber das ist so eine Möglichkeit, eine Option, die der Film dir offen lässt, ähm, und das fand ich auch schön, also er erklärt dir wirklich nur das Notwendigste und das finde ich relativ schön, ähm, was ich noch sagen muss, ist, ich finde, dass es durchaus auch mal gut sein kann, das Monster vorab zu zeigen, weil ich glaube halt eben, bei No One Will Save You geht es ja gar nicht um die Frage, was für eine Bedrohung das ist, sondern halt einfach, wie sie damit zurechtkommt. Ja, da ist schon was dran. Von daher fand ich es gar nicht so, so schlimm, dass, ähm, also, dass es so ist, zum Beispiel, es gibt diesen wunderschönen Film von Bong Joon-ho, The Host, wo dieses Vieh auch relativ früh enthüllt wird, weil es im Grunde nicht das, das zentrale Thema ist. Ähm, ich sage nicht, dass das, äh, jetzt immer so sein muss, dass man die Monster immer sofort zeigen sollte, aber ich finde es nicht, bei dem Film fand ich es jetzt ehrlich gesagt ganz passend. Weil ich glaube, wenn du die ganze Zeit so dieses Geheimnis aufrecht gehalten hättest, oh, wie sehen die denn aus, oder was genau ist das denn? Ich glaube, dann hättest du auch ein bisschen, ähm, ja, die Konzentration vom eigentlichen Kernthema weggenommen, das ist halt ein, ihr Überlebenskampf, ihr Kampf gegen ihre Angst und halt eben, wie du auch sehr richtig gesagt hast, Kommunikation. Also, Kommunikation, gebe ich dir absolut recht, ist ein sehr zentrales Thema dieses Films. Ja, obwohl eigentlich so wenig gesagt wird, ne, das ist halt das, das schöne Paradoxe da dran, aber das ist halt, ich, ich bin ganz ehrlich, ich hab wirklich nicht mit so einem, ja, künstlerischer Ansatz ist jetzt hochgegriffen, aber das ist wirklich extrem selten. Und wie gesagt, ich hätte es dem Film ja schon angerechnet, wenn er in den ersten 15 Minuten irgendwie sie halt, ohne dass ein Wort gesagt wird, einführen kann, aber dass der Film das wirklich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, noch wortkarger ist Sisu, oder? Ja, das stimmt. Allerdings haben die jetzt echt Glück, dass, äh, dieser Sisu-Typ nicht, äh, Caitlin Lieber ist, weil dann hätten die echt ein Problem, das sag ich dir. Ja, aber, aber zu ihr nochmal, ähm, ich hatte erst im Nachhinein registriert, wer sie ist, ich muss sagen, die hat mir wahnsinnig gut gefallen und du hast schon recht, also, sie steht ja schon im Vordergrund irgendwo und auch so, da ist ja auch so eine, so eine psychologische Ebene bei ihr, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, die mich jetzt aber auch nicht gestört hat, das hat mich so ein bisschen erinnert an, an The Descent von, äh, von Neil Marshall, als der noch, äh, was drauf hatte. Ähm, aber, äh, unabhängig davon, Caitlin Lieber, äh, großartig, ich meine, die spricht wirklich, die hat einen Satz und ich habe ihn gerade zitiert, Spoiler, ähm, und, äh, trotzdem schafft sie es wirklich, diesen, diesen ganzen Film wirklich über die ganze Lauflänge auch zu tragen und allein mit ihrer Mimik, äh, und vor allem, was der Film ja auch wirklich, mit irgendwas muss der Film ja, äh, die, die Wortlosigkeit überbrücken und das schafft er sowohl mit dem Score, als auch mit dem Sounddesign und den Score, muss ich sagen, fand ich wahnsinnig effektiv, der ist ja, glaube ich, von Joseph Trapanese oder so ähnlich, der hat ja mit Parade angefangen, der ist schon echt ein guter, ja. Genau, der hat einige Horrorscores auch, glaube ich, gemacht. Ja, auf jeden Fall sehr effektiv. Ich weiß, du achtest da nicht so drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei dir wirklich so mit der, du meinst das ja immer, wenn ein Score für dich gut ist, dann verschmilzt der so mit der Gesamtheit der, der Inszenierung. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier bei dir auch der Fall war, oder? Ja, also definitiv, also der, der Score würde bei mir gar nicht so sehr als Musik laufen, sondern mehr so als, ähm, Sounddesign. Ja, extra Sounddesign, weil du halt eben dieses Komplätze, dieses Verbale halt einfach nicht hast und das macht der Film wirklich gut. Also, der macht so viele Sachen wirklich gut. Es gibt, wie gesagt, so Kleinigkeiten, darüber kann man streiten. Es gibt auch wahrscheinlich Leute, die sich vielleicht hier und da eine Logikfrage stellen werden oder Leute, die sagen, ja, aber warum macht sie denn das nicht oder das nicht? Gerade nach der ersten halben Stunde gibt es eine Szene in der Polizeistation. Ähm, aber ich finde, das hat sich für mich alles schlüssig ergeben. Wenn du natürlich kompletter Logikfetischist bist, wird es da mehr als eine Sache geben, die dich stören. Mir war es egal, weil dafür war der Film, der war einfach gut inszeniert. Ähm, und das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Der geht 93 Minuten, der hat kein Fett zu viel auf den Hüften, der ist sehr knackig gemacht. Der weiß, was er will. Der geht direkt rauf. Das ist einfach toll. Und der Kathleen Diva, wie gesagt, äh, da gebe ich dir auch recht, die haut hier echt einen raus. Und, das sei doch erwähnt, die hat den Film auch mitproduziert. Ich meine, vor allem erwartet man jetzt nicht so einen Film, also, ich weiß, ich sag das immer bei Besprechungen, geradezu Filmen, die man nur im Stream sehen kann, aber hättest, hättest du den gerne im Kino gesehen und wärst da so überrascht worden? Ja. 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 Also, ich glaube, im Kino, ähm, ich sag mal so, im Kino wären so ein paar der schwachen Effektshots vielleicht ein bisschen noch drastischer aufgefallen. Ja. Ähm, aber es gab, aber im Gegensatz auf der anderen Seite der Medaille, da gab's eben auch richtig geile Szenen. Also, auch wie die, wie die Farbe Rot zum Beispiel eingesetzt wird, so Kleinigkeiten. Ich, äh, da gab's wirklich ganz viele Szenen, wo ich dachte, boah, das sieht einfach geil aus. Ja. Und ich werde mir den auf jeden Fall, ähm, demnächst nochmal angucken, weil wir hatten ja nur einen Screener und wer Screener schon mal gesehen hat, der weiß, da sind meistens immer noch so Wasserzeichen mit drin, die sind da ein bisschen nervig. Mhm. Und ich glaube, dass der bei mir nochmal wirklich optisch nochmal einschlagen wird, wenn ich den auf meinem großen Fernseher gucken kann, ohne Wasserzeichen. Und, ja, ich kann's nur wiederholen, für mich ist das eine der größten, positivsten Überraschungen, die ich dieses Jahr hatte, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so eine Art von Film ist. Also, ich fand die Grundprämisse schon interessant, dieses einfach, komm, wir machen Home Invasion mit Aliens, wo ich dachte, okay, das klingt bescheuert, aber guck mal. Und das machen sie, das machen sie auch sehr gut. Ja. Und dann hauen die wirklich so einen Film raus, der, ähm, ja, 90-minütige Lehrstunde und eine Doppelstunde ist, äh, zum Thema Visual Storytelling. Und das ist, äh, das ist halt, wie du auch schon sagst, so eine Kunst, die so ein bisschen auch ausstirbt, hab ich das Gefühl. Mhm. Äh, wobei aussterben jetzt nicht, aber sie ist nicht mehr so präsent wie früher. Ähm, und von daher ist das ein Film, wo ich sehr dankbar bin, dass es den gibt. Und ich bescheinige dem Regisseur und Autor Brian Duffield, dass der echt was kann. Ich sagte ja schon, dass ihr ein paar Drehbücher vorher geschrieben habt, Filme, die mir auch Spaß gemacht haben. Underwater zum Beispiel auch, ne? Genau. Also wir, wir brauchen, ganz ehrlich, wir brauchen mehr solche Filme wie No One Will Save You. Wir brauchen mehr so eskapistische Unterhaltungsfilme, die sich aber auch immer ein bisschen was trauen. Mhm. Und das, das ist eine Seltenheit geworden. Also, das ist ganz klar. Das ist, wie Slutko von Big Brother sagt, das ist kein Shakespeare. Das, da müssen wir nicht drüber reden, ja? Äh, aber der hat dann einen anderen Anspruch. Und der hat einen Anspruch, seine Geschichte so zu erzählen, wie er will und zwar auf seine eigene Art und Weise. Und das macht er wirklich richtig gut. Äh, er ist spannend, er ist gut gespielt, er sieht teilweise richtig toll aus. Und allein die Grundidee ist toll. Und, äh, das vielleicht noch gesagt, äh, Home Invasion, äh, ist ja ein Genre, was immer oft mit einer sehr hohen Altersfreigabe einhergeht. Ich finde, das ist so ein, ja, also, er hat jetzt keine FSK2-Freigabe bekommen, weil es eine Disziplin-Produktion ist, aber wenn der ins Kino gekommen wäre, FSK12 wäre da schon drin. Also, der ist jetzt nicht brutal. Ich glaube, der hatte, äh, äh, irgendwie PG-13 hat der, glaube ich, in den USA. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, obwohl, der ist schon, ah, der ist halt echt effektiv, ne? Es gibt halt eine Sache, da will ich nicht genau darauf eingehen, wegen Spoilergründen, aber wir erfahren ja im Laufe des Films, das gehört ja zu ihrer Wandlung hin dazu, äh, erfahren wir, was da passiert ist mit ihrer Freundin und warum sie diese Angstzustände auch hat. Und da war ich wirklich überrascht, den Grund dafür zu kennen, weil das sie dann plötzlich auch nicht mehr so als Heldin darstellt, als Opfer, sondern auch ganz klar macht, dass sie damals einen Fehler begonnen hat. Also, das, das hat mir auch gefallen, dass der Film ihr auch zugesteht, dass, äh, ihre Verfehlungen von einst halt nicht irgendwie so, ja, ähm, zufällige Verfehlungen waren, sondern dass sie einfach richtig Scheiße gebaut hat, um es mal ganz grob zu beschreiben. Also, wenn ihr den Film seht, werdet ihr wissen, was ich meine, ähm, du kennst diese Trope ja auch, eine Figur hat irgendwas Schlimmes gemacht, irgendeinen Autounfall oder sonst was und, äh, und hat die Schuld auf ihre Schultern, äh, gebürdet und am Ende kommt sowas raus wie, nee, du bist aber gar nicht schuld. Und hier muss man ja sagen, doch, du bist aber schuld. Und das fand ich gut. Ja, es ist auch wieder sehr erfrischend und unkonventionell einfach, ne? Aber das, das macht der Film halt auch über den gesamten Verlauf. Der bricht so oft deine Erwartungen. Also, also, wirklich, ich, ich hatte ja schon gemeint, äh, Videospiel, ähm, da könnte man natürlich, also, dramaturgisch erinnert das manchmal ein bisschen an Videospiel. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich zuletzt, ich hab zuletzt zwei sehr, sehr gute, äh, Games gezockt, die, also, Indie-Games, die sehr mit Visual Storytelling arbeiten. Und so dieses Projekt hier hätte ich mir genauso vorstellen können. Ich, ich muss auch sagen, ich finde, dass der auch, ähm, so zwischen den Zeilen, also, ich mein, der, der ist ja schon, auf Verhandlungsebene ist ja ziemlich simpel, ne? Ja. Aber es gibt trotzdem so Undockstellen, also, du hast es ja schon aufgeworfen mit ihrer Vergangenheit und so. Und aufhände dran, denkst du dieses 50er-Jahre-Alien-Design und dann auch so die Schlussszene, die wird's natürlich nicht spoilern. Das hat bei mir auch schon so ein bisschen Alien-50er-Jahre, ne? Das sind ja, also, das ist ja auch durchaus eine bekannte Truppe, das zieht sich ja bis, bis zu sowas wie Scientology zum Beispiel auch. Das fand ich auch sehr clever, das, das, ja, der Film, der legt dir das da hin, du musst, du musst da, äh, diese ganzen Feinheiten musst du eigentlich gar nicht beachten, dann siehst du trotzdem einen straighten Genre-Film. Das ist immer das Schöne daran. Aber auch noch mal ein Hinblick darauf, dass der jetzt nur im Stream läuft, dahingehend ist es doch irgendwie auch bezeichnend, weil das ist nämlich eigentlich einer der Gründe, warum, so Visual Storytelling auch ein bisschen ausstirbt. Ich weiß nicht, hattest du das gehört hier mit dem, äh, mit diesem Apple-Film, den Dexter Fletcher gedreht hat mit Anna da Amas und Chris Evans? Mhm, das hab ich gehört, dass der Regisseur eigentlich was ganz anderes abgeliefert haben soll, aber dann Apple hat gesagt, nee, das versteht keiner, mach das mal besser so, ja. Genau, weil die Leute dann direkt wegschalten, wenn da nicht irgendwie sofort was passiert oder, oder man sich Zeit lässt. Und dann hast du auf einem Streaming-Dienst tatsächlich einen Film, also es ist ja nicht so, dass der sich Zeit lässt, aber du fragst dich schon irgendwie wann, ne, also nicht auf die nervige Weise, wann passiert denn jetzt endlich mal was? Sondern es passiert ja was, aber normalerweise bist du's gewohnt, dass es, wer weiß, hier zerquatscht wird und das hätte man ja auch machen können, man hätte sie ja zum Beispiel auch mal telefonieren lassen können und so. Aber da ist ja wirklich gar nichts und dass der sich das traut und das nur eben wirklich auf einem Streaming-Dienst wie Disney Plus, äh, jetzt im Hinblick auf deine Euphorie, würdest du sagen, das ist für dich der Barbarian diesen Jahres? Uh, ähm, tatsächlich ist für mich No One Will Save You gar nicht mehr, also ich verorte dich so richtig als Horrorfilm, obwohl er durchaus Horroranleihen hatte und Barbarian war für mich ganz klar Horror. Ich glaube aber, dass, ähm, oh, es ist schwer, aber Barbarian lief ja zumindest in den USA im Kino, äh, das ist jetzt No One Will Save You ja leider nicht. Schade, der gehört ins Kino, der gehört ins Kino, wirklich. Es wäre auch ein guter Film gewesen, um ihn beim Fantasy-Filmfest zu zeigen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, auch, äh, das wäre auch gut aufgehoben gewesen. Ja. Ähm, aber für mich ist es ganz klar, also wenn ich eine Liste machen würde, der besten Streaming-Exklusiv-Filme dieses Jahr, dann wäre No One Will Save You garantiert mit drin und alleine dafür, für diesen großen Überraschungseffekt und wie viel Freude ich mit dem Film hatte, ist es für mich ganz klar ein Jahreshighlight. Also ob der jetzt am Ende des Jahres in meiner Top Ten steht, es steht, äh, andere, weiß ich nicht, aber ich sag's mal so, ich kann dir noch nicht sagen, wie viele Sterne ich dem in mein Letterboxd gebe, aber ich werde dem jedenfalls ein Herz geben. So viel ist klar. Von mir kriegt er auch eins allein schon, weil, äh, man hat halt wirklich nicht damit gerechnet, ausgerechnet in dem Terrain so überrascht zu werden, dass Disney sowas überhaupt produziert, wobei man ja sagen muss, die Hulu, äh, oder auch FX-Serien von, äh, äh, die man auf Disney Plus sehen kann, die sind ja nochmal irgendwo was, was eigenes für sich, ne? Ja, ja, also, äh, ja. Also, Disney Plus hat wirklich ganz tolle Serien von FX und Hulu, das darf man nicht vergessen. Ja, nee, also für mich auch ein, wirklich, also womöglich die positivste Überraschung dieses Jahr, wirklich. Und, ja, dass, dass sowas überhaupt noch möglich ist, vor allem dann halt noch in, in dem Rahmen, ja, es ist wirklich schön. Also, vor allem im Hinblick auf Visual Storytelling ist das echt ein, ein kleiner Triumph. Also, alles in allem wirklich, wirklich eine Perle, die sich, ja, also, gewisse Genre-Affinität sollte man schon mitbringen. Man sollte jetzt auch keinen richtigen, du hast schon gesagt, man sollte keinen wirklichen Horror erwarten. Also, es sind halt Sachen drin, die muss man halt akzeptieren, dazu gehört eben auch das sehr klassische Alien-Design. Ja, ja. Dazu gehört auch, dass diese Aliens teilweise sehr deutlich aus dem Rechner kommen und dazu eben, wie gesagt, auch dieses Non-Verbale. Das sind so die drei Faktoren, die muss man, denen muss man offen gegenüberstehen oder da sollte man vielleicht ein Auge zudrücken, sag ich mal, weil dann liefert der Filme auch ab. Also, der hat wirklich, der hat auch ganz tolle Spannungssequenzen, das darf man nicht verschweigen. Und wie gesagt, das ist halt so toll, zuerst habe ich bammelig um sie, zehn Minuten später tut mir das Alien leid, dann tut mir sie wieder leid. Und irgendwann frage ich mich auch so, okay, ist das überhaupt die wirkliche Bedrohung? Ja. Und am Ende haut der einfach ein Ende raus, worüber du halt ganz toll reden kannst, diskutieren kannst, das werden wir hier nicht machen, aus Spoilergründen. Und es fühlt sich alles so rund an. Es fühlt sich, du hast das Wort schon genannt, sehr unkonventionell an, obwohl es ein relativ konventionell aussehender oder, sag ich mal, dargebotener Film ist. Und das hat mir, der Film hat mich beeindruckt, der hat mich wirklich beeindruckt. Und ich glaube, keiner von uns beiden, als wir gestern auf Play gedrückt haben, hätte gedacht, dass das so eine Art Film ist. Also, ich dachte, okay, Home Invasion mit dem Alien, da mach mal. Und ich war halt wirklich baff. Ja. Und ich glaube, das war jetzt schon sowas wie ein Fazit. Ja, ja. Und wenn du nichts mehr hast, können wir gerne dann zu unserem finalen Fazitpart überkommen. Und ich mach's kurz, ähm, toller Film, er hat seine Schwächen, aber bitte gib dem eine Chance, der verdient ist, gesehen zu werden. Und, äh, für mich, ja, eines der Streaming-Jahres-Highlights. Jetzt darfst du. Ja, ich hab eigentlich schon alles, äh, Notwendige gesagt. Anschauen für Genre-Fans definitiv ein Geheimtipp. Alle anderen können ruhig mal auch einen Blick riskieren, wenn ihr für sowas zumindest mal offen seid. Ich hoffe, dass den viele schauen werden und dass der nicht, ja, ich mein, gut, das ist halt immer das Problem, der wird halt völlig versuppen wahrscheinlich. Aber vielleicht erlebt er ja auch einen kleinen Hype wie Barbarian, das würde ich ihm gönnen. Ja, ansonsten wirklich ein, wirklich richtig, richtig schönes, überraschendes Highlighten, dass man sowas gerade auf Disney Plus noch erleben kann. Oder überhaupt generell auf Disney Plus, äh, das ist schon eine Ansage, ja. Ansage, gutes Stichwort, jetzt kommt die finale Ansage dieses Podcasts. Denkt dran, in den Tätelstammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Also auch bei euch zu Hause hoffentlich. Und, äh, das war's auch schon mit der Ansage. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Gab's euch wohl? Viel Spaß im Kino oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten. Macht, was ihr wollt, mir ist egal. Tschüss und Dominik Götter wird das letzte Wort. Heureka. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tätelstammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.